Hey Leute, ich bin's mir auf einmal vor Schnelldienst hier und willkommen zu einer Runde Survive Games mit Lulubau irgendwo dahinten da Jaaaaa Wieder auf CubeCraft und ich hab den Start richtig veröffentlicht Aber ich hab ne Diabrost Platte Hast ne Diabrost Platte? Ja What the fuck? Hier warte ich hab Schuhe für dich Schuhe? Wo bist du? Ja, ah Junge Ich setze wieder hin geraten Du warst doch hinter mir Ah da Meine Fresse, ganz ehrlich Pass einmal ein bisschen auf, bitte Ah da Das kann jetzt gar nicht gebrauchen Boah, du warst genau hinter mir War ich das? Ja Ja, ich hab Essen Ja, ich hab ein Eisenbeinschutz Jaaaaa Ja, wir sterben bestimmt Lass den Dings Okay Die Map ist irgendwie chillig Die Map ist irgendwie chillig Sie kennt hier rein Ich bin, wir, 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 wir reißen eh nichts vermutlich Bist du Ich geh auf den Berg Nee, noch nicht Kein Bock Au Ich bin hier hinten Wenn du erst mal auch sagst es Ich hab äh vier gebraten Fische Okay Und drei umgebraten Ja, okay Ja, okay Ja, okay Wir vergehen eh, wir haben nämlich gar nicht, weil ich den Start richtig verpennt habe Außer du, wir haben es aber nicht die hier ab Ja, okay Na gut, mir fehlt Du kannst sogar stehen bleiben Ich renne dir kurz nicht Weil ich bin aber so Hintergebraten Ja, ich bin schon bald Das Problem ist, ich hab keine Ahnung mehr wo die ganzen Kisten hier sind, weil ich schon ewig lang ohne... Ja, ich bin hier oben schon gesehen Da oben ist noch mal eine Motte Das ist uns alle leer fast Ich weiß nicht, wie es abgeht hier Wir haben vor allem... Warte, da bettelt sich gerade Wir haben vor allem die komplett falsche Rute genommen Wo ist die Kiste jetzt hier? Ich dachte, da war ne Kiste nicht Wie ist das da raus? Wo denn? Das ist leer Ach so, ich dachte, hä, wo ist die Kiste jetzt auf einmal hin? Es sei denn, es gibt noch hier irgendwo eine Kiste, die keiner kennt, aber... Denke ich mal nicht Ich habe gerade einen Weil, ich denke, tausende von Menschen kennen hier alle Kisten Und darum ist sie wahrscheinlich, dass wir jetzt noch irgendwo ein Schwert kriegen, sehr gering Ja... Bist du hinter mir? Ne, gerade nicht Ah, ich seh den Namen Was machst du denn, Blount? Ja, ich hab ne andere Kiste gesehen Die finde ich in der letzten Runde besser, da hatten wir wenigstens später Ja... Wo bist du jetzt schon wieder da? Ich bin hinterher Aber... Noch vier Überlebende? Oh mein Gott Die haben wahrscheinlich 10.000 Schwerter Ja... Mal sch... Mal sch... Mal sch... Mal sch... Mal sch... Mal sch... Ich probier mal da hochzukommen these was sind Mal sch... Mal sch... Mal sch... Mal sch... Mal sch... warte ich hatte hier erstmal hoch der doppelkiste also meiner weise kann man die von zwei seiten öffnen ja ich habe ja eisenexte und schwerter ich habe fast am starten boden gekriegt so jetzt können wir schnitzeln das war relativ gute ausrüstung und eisenexte da ist einer da ist einer mit ihr ja ich weiß drauf der hat ein eisenschwert aber doch er hat ab als ich geboren ist er da gestorben durch den fall schaden verdammt was hat denn der dabei oh mein gott ich bin voll ich darf ihn ja du hast das eisenschwerter ja ich habe zwei eisenschwerter ja hier gibt es mir sehr gut gibt es mir habe ich meine rüste noch irgendwas zu verbessern müssen aber aufpassen dass ich mich wieder verrecken wir haben jetzt relativ gute ausrüstung ist es noch junge mein alter ich bin so voll ich habe es ist nur noch einer und mein gott das noch ein hühnchen es ist nur noch einer und wo ist die art nichts alter sie ist denn wo bist du überhaupt der hat nichts alter also da will ich daraus geht es überhaupt okay halt hallo erstmal rüstung abgleich die folgt hier meine fresse wie viel rüstungspunkte fehlen dir eineinhalb sie wollte den helm aus als wir mit drei zweieinhalb gut sonst wird gleich direkt noch voll hast du bogen wie viele ein oder zwei drei dann gibt mir ein wie viel beide hast du gib mir mal kurz die pfeile dann teile ich die auf da kriegst du 23 sich halt mal den bogen dahin essen so hatte kurz der wirst du kalt hallo erstelle jetzt mal hin und dann 32 dann geht es los ich habe zwei level wisst du mir mein schwert noch schon mit verzaubert ich komme da gar nicht mehr rein ok geht gar nicht kann man die verzauberen schon ok ja warte stelle ich auf auf dem blog auf den links rechts neben dir 321 go wer ist hier der pvp profi wer ist der profi ja die pfeile haben es ausgemacht ausnahmsweise war ich mal gut in survival games kommen wir nochmal in die lobby dann machen wir wieder unsere verabschiedung auf dem geilen ccg das war meine idee an welchem lobby ich bin lobby hier kommt lobby 1 jetzt werde ich in lobby 2 reingekommen ich habe ganz kurz mal tonspurz während aufnahme ja mit guten zehn minuten so leute so leute dann dass deine bewältung davon nicht gefallen hat wenn es euch gefallen hat dass ich mal gewonnen habe dann lasst auch ein leichter und weißt du was ich bin und verweist mal auf euren komischen kanal da der luis hat mit seinem bruder ein kanal der heißt eis t hd die verlinke ich mal die haben schon 70 minuten kanal wie haben gerade mal 49 kanal aufrufe oder so aber wisst ihr was das juckt mich nicht das juckt mich nicht weil ich muss immer zum fangen und so und ich habe ferien also kommt vielleicht die folge auch schon morgen ist mein kauf und da oben rennen auch welche um jolo und dem er sage ich das der wirken da wie immer ich glaube gerade echt nur scheiße dass wir uns damit sich gefallen hat und mit dem er sage ich heute sei bis zu bis bald erfolge was ja 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 ja